Also ich find hier keine Mücken oder sowas. Geh in den Sumpf. Ich bin im Sumpf. Noch 17. 17. Das hatte ich. Ich hab 22. Gut. Flieg nochmal kurz beim Onkel vorbei. Hol ein bisschen Kram ab. Ja, dann kann ich ja den Quetzersatz machen, ne? Ah, sie. Ah, sie? Nee. Hast du jetzt grad Asi gesagt? Ich hab quasi gesagt mit Kuh am Anfang. Ach quasi, ich hab verstanden. Asi. Deswegen hab ich jetzt... Hä? Wer hat das jetzt wieder belevelt, ja? Lalalalalala. Lalalalalala. Ich mache feine Büsche klein. Ja, das find ich so fein. Und da rauskriegen wir Fieber. Und das frisst auch der Biber. So. So. Wie soll demnächst kommen? Ähm, ist eigentlich der Bär schon draußen? Oder kommt der... Ach, Biber! Äh, Release. Also zum richtigen Release. Ach, das ist doch alles schon angekündigt und kommt alles in den nächsten Patches. Biber, Bär, Bubu, Babu, Babu und Bubu Babu. Ist im Stego auch noch was drin, was ich mitnehmen kann? Im Stego sind... Nein. Das bitte drin lassen. Okay. Was, hast du noch Platz? Ich hab doch mal über 300 Fieber. Äh, das wiegt ja kaum was. Vielleicht beim nächsten Mal holen. Okay, jetzt schon bereits über 400 Fieber. Hätt man Affen, wird das da locker gehen. Was? Hätt man Affen, wird der locker ohne Probleme... Haben doch einen Affen. Das Fieber ist aber das Letzte, was man mit dem Problem haben. Dich meine ich ja nicht, Onkel. Scheiße. Gute Überleitung. Jetzt hast du mich gut ausgekennen. Ah, scheiße. Ein bisschen Fieberfarm ist jetzt nicht das Problem, oder? Aber ein Affe kann das schneller. Glaub ich nicht. Ein Gigant macht in zehn Minuten knapp zwei Schränke voll mit Fieber. Das würde ich sehen. Das würde ich sehen, dass der in zehn Minuten zwei Schränke voll macht. Aber wir lernen das. Nicht auf dem Schränke, aber auf dem anderen vielleicht. Warum haben wir überhaupt noch keinen Affen? Sergeant. Erstens, weil ihr ja den Hunger hochgeskillt habt. Nein, haben wir nicht. Wir haben den Hunger auf Standard. Totaler Quark. Wir haben den Hunger auf Standard. Und auf jeden Fall, ich saß an einem 20er Affen über eine Stunde und da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, aber die sind sehr, sehr unschön zu tamen. Nee, auf dem Trip Wars Server? Kein Problem. Da habe ich sogar einen 120er mit Kibbel in einer Stunde gezählt. Das Lustige ist, die Taming-Zeit, die ist hier sogar eingestellt wie auf dem Trip Wars Server. Von daher... Aber der Penner frisst nicht so oft. Der Penner. Der blöde Assi. Der Penner. Und mit Kibbel kann ich hier nicht zähmen. Aber zum Glück sowas ein bisschen schlagfertigt, das ist gut. Die Titanbauer, die geben keine Eier. Der Penner. Ja, fand ich gerade lustig. Ja. Kein Problem. Was hast du gesagt? Kein Problem. Also, ich muss aber sagen, bei Zigaretten war das nicht so schlimm. Was? Wenn man Qualm in der Stutte hatte, ging das ohne Probleme zu reden. Jetzt bin ich glaube ich wieder zum Lachen. Ja, es ist halt so, ne? Nero, wo hast du denn das Jetin-Gedöns? In der Schnute. Bei mir in der Tasche. Da komm ich nicht dran. Da müsste ich dich erst betäuben. Nein. Okay, dann steck ich die Armbrust wieder weg. Was ist los, Onkel? Das wird sehr nett. Nix. Onkel, kannst du ein Lust am Teil haben? Nix, nix. Alles okay. Alles okay. Ja, wenn alles okay ist, kannst du es ja sagen. Ja, ist doch okay. Ich habe nichts zu melden. Ähm, zapp, 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 ja und? Und zapp und, ähm, zapp und zapp und zapp, zapp. Ich überlege, wie viel Eisen jetzt. Ein Eis ist mit umgewandelt, die ganze Nacht. Was jetzt einfach noch übrig ist? Ich kann sie nicht. Die ganze Nacht. Fiver? Ändert sich hoffentlich... Was? Achso. Was bedeutet Fiver? Ich will jetzt wieder irgendwie aus dem... So, was wird noch gebraucht für den blöden Sattel. Ja, Heiden, Fiver nur noch. Und ich filme ein paar Stimmen. Mein Gott. Alter, Frau Schönheit. Okay. Ich habe hier die ganze Zeit meine zugeflasche Bier vor mir stehen. Das ist clever, oder? Da hält's länger. Da hält's länger. Ja, da hält's länger. Da hält's länger frisch. Genau. Jetzt ist die Schleppe so offen, kannst du länger Auto fahren. Oh, jetzt ist es offen. Oh. Also dann, Prost! Jawohl. Prost. Letzte Schleppe, Digga. Haben wir irgendwo Heide? Ja, in Ordnung. In der Schmitti. Schmitti. Nein. Doch. Ah, da habe ich Haufen rein. 150 ist hier nur drin. Na, ist das nix? Ja, das ist nix. Das ist nix. Ich brauche ja circa noch 600. Nein. Digga, ich guck mal, ob ich noch irgendwo was zusammenkratzen kann. Und circa 300 Feiber. Ach, sind ja Sachen, die man so einfach an der eigene findet. Das ist das Gute. So. Jetzt werde ich mal ein bisschen mit der Axt auf den Stein rumschlagen. Das ist auch mal ein bisschen Stein. Warte. Stein hab. Ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Was ich natürlich nicht aufheben kann. Weil? Ich hab keine Ordnung. Oh, der Nero spielt arg. Oh, du hast ja selbst im Steam dein Avatar drin. Ich spiel das auch nicht weiß. Ich spiel das auch nicht weiß. Aber auf Twitter, auf Twitter hast du es noch nicht. Oh, okay. Habe ich gesehen. Weil ich habe ja heute den Kanal verlinkt und da war es auf Twitter noch nicht. Also deine Social Media Sachen habe ich auch verlinkt, weißt du? Läufer zu Beuzen. Auch du lieber Sergeant, auch die lieber Sergeant, ne, wenn du noch irgendwas an deiner Kanalinfo oder so ändern willst, dann tue es bald, weil ich, du bist auch bald dran auf der Homepage zu kommen. Weil ich übernehme eure Kanalinfo, weißt du? Ich schreib die zwar ein bisschen um, dass es besser klingt oder so, aber bei Nero brauchte ich zum Beispiel gar nichts weiter umschreiben. Nö. Nö. Ich hab ein bisschen was auseinandergehalten, ein bisschen getrennt, aber ansonsten war es eigentlich ganz gut geklappt. War es doch wahr. Hast du jetzt gesagt, was nochmal, oder? Nein, beiß nochmal. Ich hab's immer mal verstanden. Beiß nochmal. Beiß hin. Du schnappen. Ach, beiß. Mit den Zähnen. Mit den Zähnen. Schöne Erklärung. Äh, ja. Danke, Janik. Bitte, bitte. Bist das schon mal vorher? Danke. Oder was? Hinter dem Schweineherr. Ich hab' ein Bärchen gesattelt. Hinter dem Schweineherr. Du kommst ja nicht hinterher. Ja, das Vieh ist so lahmarschig. Ich hab' kein Stamina nix. Ja. Riebus ist gelämpisch. Hier aus dieser Eioiol. So. Ich hab' das schon mal gesagt. Ich hab' das schon mal gemacht haben. Boah, eine Kristallform, ey. Äh, der Traik, der liegt jetzt hier an einer offenen Stelle. Haha, die blutet. Ne, aber äh. Mein Finger. Er blutet. Wie die eine Tosi, die zu ihrer Freundin geht und sagt, aha, guck mal, ich hab' hier eine offene Stelle. Haha, da musst du zum Arbeitsamt gehen. Naja. Aber schlecht. Aber okay. Musst du offene Stellen melden. Alter, was hab' ich jetzt getötet? Was hab' ich angegriffen? Was, was hab' ich gemacht? Ich hab' gar nichts gemacht. Ich greife an. Aber das ist mein Traik. Achso. Okay. Mein Gott, mach' mich doch hier nicht so panisch, Junge. Ich bin hier gerade am Einschlafen. Haha. 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 Da macht's einfach so. Ja, vielleicht auch. Ja, vielleicht auch. Jetzt sind sie alle hier. Nero, geyserisch. Ja, willst du noch welche haben? Ich dachte, Farms? Nee. Was heißt nicht? Nee. Nein heißt nein. Also das heißt, nö. Das sind hier welche drinnen. Und hier hast du noch mal 100. Warte, ich tue sie rein in den Tricke. Da, bitteschön. Das Vieh ist auch bald fertig, denke ich mal. Aber ich könnte meine Narkotika trotzdem sammeln. Warte mal, ich renne mal kurz eine Runde und dann kriegst du die Narkotika. Warte. Warte mal kurz, bleib mal stehen. Ich bin noch mal umladen. Okay. Was? Äh, ich bin noch mal kurz umladen. Okay. Einmal weiter. Du weißt schon, dass du gerade mein Dino einen Arsch gekrochen bist. Und das hat ihm gefallen. Das war sehr gut. Ja, da hat ganz komische Geräusche gemacht. Ich könnte die gerade nicht definieren, aber wo ich gesehen habe, dass du im Arsch stehst. Ja, da muss ich wieder mal selber lagen. Mit dem Scheiß, den ich hier verzapft. Ähm, Puff? Ne. Falsches Puff. Piff? Ist einer gerade im Lager? Also in der Basis? Nein. Du bist auch nicht für uns da. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Nochmal an dich, äh, Libor. Ich fahr aber jetzt halt. So, hier hast du noch Narkotika. Möchtest du welche haben noch, Nero? Ach so. Ja. Ich kann aber trotzdem noch weiter machen. Warte. Wie brauchst du denn? Du, 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 du. Ohne alte quellade da oben. Dann schau bitte auf mein track. Ja, auf mein, äh, stego. Was? Schaue bitte auf mein stego Jo, was machst du denn denn denn? Das gucktvesihundnisch! Ja ich hab 400, ich hab 400, ich hab 400. Cool, super. Jahr lang noch 5 Stunden bis der fertig ist. Ach. ja entschuldigung für die kleine unterbrechung mein lieben freunde denn was machst du hör auf ich töte dich ja schon ist das schon wieder an bitte mal was sagen weil es youtube hat da kann ich nichts dafür youtube macht das also youtube hat da mein gott youtube will das halt nicht dass mal länger als so in so viel stunden stream was ist jetzt hier los mit dem vier da gibt es jetzt mal meine fresse ich habe kaum noch irgendwie jetzt ja ja also irgendjemand muss es hersteller weil ich habe eins ich mache dir schnell eins dankeschön so den tusten du mein tun hey was sind wir alle geht der live stream wieder geht der live stream wieder bitte sagen geht der live stream wieder ich möchte gern feedback haben auf 500 moment okay das war nicht bitte bitte ich kann schon nicht bewegen hallo was ist denn los ich hab doch so mach ich denn da ja super ich krieg keine antwort ob das stream wieder geht das ist jetzt schon wieder jetzt krieg ich wieder irgendwelche energie abgezogen ja perna verpisst euch von mir lass mich ruhig da ja das hat der fort auch gesagt ich bin wirklich über dem lager ja ich auch aber ich kann gerne mal vorbeikommen wenn du den verbrauchst na gut okay ich glaube euch mal ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich bin ich persönlich beleidigt und gekränkt angriff nach jetzt schreibe ich warum rede ich denn einfach naja ich habe gerade eine fehlermeldung im stream weißt du und deswegen habe ich gedacht er läuft nicht mehr aber er hat es gar nicht mitbekommen dass da mal kurz ausgefallen dieses ok also bis ich schon halber beschlafen wahrscheinlich was habe ich dann soll denn das viel noch dauern ich glaube ich habe jetzt den besten track gezählt im überhaupt lager haben wir haben wir haben 72 also wenn er fertig ist hat er 78 ich glaube da ist an der lande besser halt die klappe mein gott wirst du mir immer mein stolz vor der haben jeder das macht jeder man kann man kann man kann nicht einfach mal sagen hey und ihr sagt mal hey das hast du jetzt echt das ist echt mal ne ich glaube das besser und aus dem ist atelante kein stieg sondern ein track ich bin sehr stolz auf dich heute ich bin auch dass mein vogel noch lebt aber ist auch sehr langweilig jetzt habe ich wieder drei stehe doch mal jetzt auf du trägst wie meine fresse es ist eigentlich will ich den 40 jahren war noch ein narkopfeil reinjagt dann geht die taming effizienz geht runter die lebenspunkte von dem fisch gehen runter aber die narkosewirkung steigt wieder ok dann lasse ich das mal lieber das klingt ja nicht so gut